Einen Mord, meine ich. Ich kann ihn nicht begreifen. Er sollte sie vor die Wahl stellen. Wenn sie ihm den Hund vorzieht und das Haus nicht verlassen will, kann er sich doch leisten, selber auszuziehen. Er kann ihm das Haus schenken und überhaupt alles, was sie will. Wenn er so für die Freiheit ist, sollte er zuerst mal an seine eigene denken. Er ist doch sehr gut betucht. Er kann sich das durchaus leisten, ohne dass ihm was fehlt. Ich frage mich, was da wohl mit ihm schiefgelaufen ist. Was mit ihm schiefgelaufen ist? Ich frage mich, was da wohl mit ihm schiefgelaufen ist. Mit ihm schiefgelaufen ist er. Ich frage mich, was da wohl mehr schiefgelaufen ist. Er hatte Milk, aber es war schon die erste incompetence, Er ist sowas nicht mehr schiefgelaufen with und ist zufrieden. Aber ich glaube, es war zu viel, was er will. Aber wir haben es beden, dass wir hier von uns nicht mehr schiefgelaufen, was wir verstehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.